. 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 Welcome back, Isaac. Jede Menge Impuls Munition, ich hab gar kein Geld mehr gerade. Dafür hab ich auch erst mal wieder 400 Schuss. Noch jede Menge Platz in einem guten Art. Da musste ich eben erstmal kurz überlegen, was genau das eigentliche ist, was da gerade auf mich zugestürmt hat. Mein Gehirn wollte das Original in dem Moment nicht verarbeiten. Halt vielleicht, den kann ich ja gleich wegbringen, der Job ist ja direkt hier. Aber schon hat viel zu tun, der Job ist ja im Leben gekommen. Das ist nicht fluid, was ich glaube, das erste shot? Derjenige Steig LMIMAN Soll ich etwas zu Ihnen freueich. Achte Konami verbaut. Ja, ich weiß davon, dass ich, wenn ich auf die Uhr gucken muss, auch nicht mehr da. Warnung, flüchte ich, weil ich auch nicht mal wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Jetzt macht einen ja den Scho-Razum. Wenn es bitte richtig macht, ne? Ohlala, also ich muss ja schon zugeben, dass... Sieht durchaus irgendwie beeindruckend. Kommen wir da her, oder wollen wir da hin? Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, wir wollen da hin. Nein! Diese Leichenrauspitzung ist natürlich ärgerlich. Ohlala, Brennstoffdruckausgleichsdruckmittelehen. Ich bin im Sägelepflügel, nicht wahr? Nein! Alles klar, ich bin im Sägelepflügel. Ich habe mir sicher, diesen Scho, auch den Sägelepflügel. Ich bin im Sägelepflügel, der Sägelepflügel. Ich bin im Sägelepflügel. Ich bin im Sägelepflügel. Ich bin definitiv am Landergebach. Okay. 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 Vor allem wenn ich überlege, dass ich doch einfach einen von diesen explosiven Kanistern drauf hätte werfen können. Aber in dem Moment denke ich mich so weit. Ich bin dauerlich, aber ich spiele mir das tatsächlich auch schon ein bisschen. Ich habe geschlagen. Das hat man wieder gleich nicht verstanden. Ich habe das. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch das nicht verstanden. Eieün! Da wäre ich jetzt auf den Rundgang, da wäre ich mal von hier in der Lautstelle. Bei den Dingern frage ich mich immer, wo muss ich die kaputt machen? Sind die eventuell deswegen da? Ich bin da. Ich habe den Transport gefunden, Ali, aber es gibt ein Problem mit dem Ausdehn-Mechanismus. Keine große Überraschung. 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 Ja, das ist noch ein Blatt, ich weiß nicht, was ich in der Mitte ist. Ich kann das nicht unter jetzt. Ich dachte, dass er sich wieder aufzieht. Super. Ich war's, ich war's, ich war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es spricht doch gar nicht mehr hoch, ist jetzt belastet. Ich dachte, es gab halt keins von den Dingern, die aktiviert gab. Ich habe aber die Speicherstation noch nicht benutzt, aber ich weiß. Jetzt habe ich jetzt einmal noch ein neuer Laden und guckt, ob das da überhaupt rechts rein ist. Das wusste ich wahrscheinlich gar nicht. Ich bin ja auf jeden Fall noch zwei Dinger. Ich glaube, es gibt also zwei Dinger. Sie müssen darauf hinzugehen, ich bin ja sicher. Sie müssen dahin gehen, ich boche zu tief. Kdochen, ihr habt ihr wirklich? Lass uns hier übrigens nicht. Kein Worte des Barsens. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber... Stand ja drüber, sich noch einmal gucken gehen, ne? Ich habe jetzt aber gesagt, ich darf jetzt nicht laufen. Nicht für etwas, das ich da bis nach oben treffen muss. Sehen wir da mit nach oben in den Park? Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich habe den Transport gefunden, aber es gibt ein Begriff im Ausklickmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lassen Sie wissen, wer sie repariert ist. Jetzt habe ich mich an der falschen Stelle gesetzt. Siehste, war nämlich gut, dass ich das neu geladen habe. Gut, dass ich das neu geladen habe, es war nämlich ein Bug. Okay, ich habe die Bahn abgekumpelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, Dwarf. Kommen Sie vor. Das grundlegende Problem war nämlich, da hat sich bestimmt diesen großen Zahnrad, was ich da so reingespatcht habe, hat sich hier bestimmt verteilt. Und deswegen würde ich das nicht mehr hochziehen.